Mama, ich habe gefunden, was ich haben will. Ja, was denn? Den Fernseher. Woll! Seht ihr, wie viele Nullen das sind? Weißt du, wie viele Nullen das sind? Weißt du, was das Ding kostet? 3000? 3000? Was ist das für eine Zahl? 10.000 Euro. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir werfen heute auf die Landkarte, die ihr da hinter mir seht. Mit echten Pfeilen. Wir müssen also mit den Dartpfeilen auf die Karte werfen. Und das, was wir treffen, da darf Hanna sich dann was aussuchen. Und vielleicht habe ich Glück und ich darf mir auch was aussuchen. Was, wenn du auf Apple kommst oder auf Saturn? Dann kaufen wir Hände. Was? Ich glaube, du spinnst. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir überhaupt diese Landkarte treffen und nicht die Wand. Ich zeige euch mal, was auf der Karte ist. Ja, zeige uns das mal. Amazon, Apple, 1, LOL und M. Nintendo Switch, genau. Nintendo Switch. Saturn. Saturn. Das kann man komisch lesen, ne? Playmobil, Schmuck und Barbie. Richtig. Und je nachdem, was Hanna trifft oder was ich treffe, bekommt Hanna das. Ja. Wollen wir mal loslegen? Ja. So, wir machen jetzt, wir werfen jetzt drei Pfeile mit verbundenen Augen. Und drei ohne. Genau. Und los. Das war hinter der Heizung. Neuer Versuch. Weiter nach rechts. Das war zu weit rechts. Warte, Warte, gewinniere. Und du musst mit mehr Wucht aus dem Arm werfen. Ja, super. Du hast mal das Plakat getroffen, nur leider ist da nichts aufgezeichnet. Was visierst du an? Damit wir gucken können, ob das klappt, Hanna. Keine Ahnung, Hanna. Ich möchte Eis, Amazon, Saturn oder Playmobil. Oder einen Teddy-Switch. Neuer Versuch. Wow! Super! Es gibt Eis, Leute! Ich freue mich. Ich auch. So, nächsten. Ja, jetzt musst du genau gucken, ist das im Weißen oder im Blauen? Geh mal hin zur Couch. Im Weißen. Ernsthaft? Hast du genau in das Weiße getroffen? Ja, du hast recht. Er hat genau in diesen Spalt vom Weißen getroffen. Durfst du es noch einmal? Ja. Geh gucken, ob es Loll ist. Ja, ist Loll. Okay, wir haben einmal Eis und Loll. Und jetzt bin ich dran. Ja. Und das, was ich jetzt treffe, wenn ich denn treffe, das bekommt auch Hanna. Ja. Jetzt? Ja. Fast bei Eis. Was heißt denn fast, also wenn denn wäre es Eis schon fast, aber na gut, dann kriegen wir beide ein Eis. Und wenn Papa lieb ist, kriegt er auch ein Eis. Los. Ganz uns Weiße. Ist das da unten? Ja. Ich bin so stark kurzsichtig, ich kann es gar nicht richtig erkennen. Okay. Aber die Richtung ist ja schon mal richtig, die ich werfe, ne? Ja. Das klang irgendwie nach Hauswand. Ja. Das habe ich... Oh mein Gott. So, und jetzt darf ich noch dreimal ohne Augenbinde. Hier. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. 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 Das ist genau im Weißen, ne? Ja. Komm mal. Ah. Schande. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal werfen, ne? Kann ja nicht sagen, dass wir nur ein Eis kaufen. Und LOL. Und LOL. Darf ich denn auch mal werfen? Ja, dann darf Papa auch einmal werfen. Ja. So. Sind oder mit? Minz. Und mit. Noch ein Eis. Okay, jetzt haben wir drei Eis. Wir sind drei Leute in drei Eis. Jetzt kommt Papa dran. Okay, das hast du vielleicht schon selber gehört. Hier ist der nächste. Eis. Wie viel Eis sollen wir denn kaufen? Noch ein Los her jetzt. Jetzt bin ich heiß. Nice. Alter, wir sind voll unfähig. Hau'n M. Zweimal Hau'n M. Zweimal Hau'n M. Also wir machen jetzt noch jeder zweimal. Das geht ja wohl nicht. Jeder darf noch sechsmal. Nee, fünfmal, weil wir haben ja fünf Dinger liegen. Ich fang an. Mama noch fünfmal. Ja, aber mit Augen auf. Ja. 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 Oder du Ohrringe. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir auch beide was. Money, money, money. Money, money. Nochmal H und M. Wow. Drei Teile bei H und M. Wow. Drei Teile bei H und M. Yeah! Was freu ich mich überhaupt? Saturn! 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 Nein! Nein! Das heißt ja nicht, dass wir eine Switch kaufen. Wir haben ja eine. Aber? Zwei Spiele. Ja, zwei Spiele für die Nintendo Switch. Hey. Ich bin dran. Also was haben wir jetzt alles? Einmal LOL. Ja, einmal LOL. Dreimal, also wir sagen, also LOL. Für jeden von uns ein Eis. H und M zwei Teile. Nein! Drei! Die haben Schmuck und Nintendo Switch. Ja. Zwei Mal. Saturn! Saturn! Oder eine neue Auswand. Und neue Pfeile. Oh, der war schon rund. Der war nicht schlecht. Nochmal H und M. Der kauft den ganzen Laden leer. Oh. Jetzt das machen wir noch. Warten zum Chancen. Das ist aber Riesma. Ja, das ist Saturn. Das ist Saturn. Ja. 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 So, Hannah, geh aus dem Weg. Jetzt landen wir noch in der Notausnahme. Jetzt sind die. Das wäre Apple gewesen. Ne, das ist Apple. Echt? Neuer Schmuck. Neuer Playmobil. Neuer Playmobil. Neuer Playmobil. Neuer Playmobil. Ich muss schneller machen, dann geht's besser. Also, wir haben jetzt alles außer Apple, Amazon und Barbie. Sehe ich das richtig? Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt shoppen und ihr kommt mit. Jetzt geht's ins Spielzeug land und da darf ich mir LoL und Playmobil aussuchen. Juhu. Wir müssen in Schmuck, müssen wir auch noch. Ja, ich weiß nicht, wie oft Playmobil ist. Ne, zweimal glaube ich. Einmal LoL, zweimal Playmobil. So, wir haben jetzt gerade diskutiert, ob wir einen Wagen brauchen oder nicht. Was hast du gesagt? Ja. Warum brauchen wir einen Wagen? Warum? Weil ich großes Playmobil nehme. Und ich hab gesagt, nein, 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 nein. Hammer, da sind die Leute. Hier. Wow. Okay, wow. Trifft es. Ja, das brauchen wir nicht. Guck mal. Oh, ja, okay. Die Preise gefallen mir schon besser. Oh mein Gott, da rechts. Das ist richtig viel. Ja. Du musst dich für eins entscheiden, Hammer. Ich möchte das. Das ist richtig cool. Ja. Ernsthaft? Ja. Boah, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr dann dazu ein Video sehen wollt. Wenn unsere Kommentare wieder aktiviert sind. Ja. Ansonsten schreibt uns auf Instagram, okay? Das möchte ich. Okay. Ich hab, glaube ich, keine große Wahl, ne? Da ist sogar ein Tragegriff dran. Gut, auf zum Playmobil. Das ist nicht dein Ernst? Doch. Okay. Okay, erst einmal. Ja. Das ist ein teures Video, Kollege. Ja. Okay. Und jetzt schaff eins von der Seite. 3,99 Euro. So. Hier, zum Beispiel mit der Bowlingbahn. Kind, wo bist du? Kind, guck da. Guck da. Ah, 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 ah. Hehehehe. 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 Ich möchte den Eis laden. Du weißt schon, dass wir gleich noch ein Eis essen müssen, ne? So, äh, möchte ich auf den Eis fahren. Möchte ich zu Hause gleich aufbauen. Nee, nee. Nee, 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 nee. Und aufzuhauen, ähm. Hast du schon einen Plan, was du willst, Schnucki? Nee. Nee. Hast du die Hausschuhe hier unten gesehen? Ja, sie sind witzig. Komm mal, weißt du? Äh, ich dachte eigentlich eher an die da. Hä? An die? Ja. Die fände ich ja viel witziger. Aber du musst gucken. Weiter geht's. Oh, ein Tü-Tü. Ein Tü-Tü. Kein Tü-Tü? Nee. Ein Einbauen, das möchte ich. Okay, das ist dein Ernst. Das möchtest du haben? Nö. Wir können es ja mal festhalten und du guckst noch weiter an. Okay, genau. Papa ist der Träger. Aber zu welcher Gelegenheit willst du das denn anziehen, bitte? Zum Tanzen? Du weißt, dass das hier passt? Ja. Okay, dann. Okay. Du musst ja Sommer kommen, ne? Ich bin ja immer eher das da. Oder das da. Das gefällt mir ja alles viel besser. Anna ist da eher so puristisch. Das heißt, H&M check. So, wir haben einen kurzen Zwischenstopp gemacht. Anna hat sich mit Erbsen eingedeckt. Genau, die darfst du jetzt noch essen und dann musst du nach Schmuck gucken. Die sind auch hübsch. Ja, die möchte ich irgendwie. Guck, genau. Die aber, oder? Die aus Echtburg-Räutchen. Ja. Also die Herzchen. Ja. Und da unten die. Ganz, ganz unten meinst du. Ne? Okay, dann hol mal die Dame und sag dir Bescheid. Gefallen sie dir? Ja? Okay. Hier geht's für Nintendo Switch. Oh, hier sind die ganzen Spiele. Guck mal, Lego Movie. Lego Movie 2. Du hast Ahnung. Woher weißt du denn, dass es 2 ist? Aus der Werbung. Hier sind auch noch Spiele? Oh mein Gott, das ist nicht mehr Switch. Das ist die Wii. Welches hast du da jetzt? Zeig mal. Just Dance 2018. Vorsicht. Und was noch? Also Hannah hat hier gerade entdeckt, dass es von Yoshi auch was Neues gibt. ein neues Spiel, aber erst in zwei Tagen. Das hab ich auch in der Werbung gesehen. Das hab ich mir beinahe gedacht. Wollen wir dann nur das eine mitnehmen? Ja. Das war jetzt für die Nintendo Switch. Du hast aber auch noch einmal Saturn geworfen. Und wo sind wir? Im Saturn. Das heißt, du darfst hier noch irgendwas aus dem ganzen Laden aussuchen. Mama. Mhm? Ich hab gefunden was ich haben will. Ja, was denn? Den Fernseher. Seht ihr, wie viele Nullen das sind? Weißt du, wie viele Nullen das sind? Weißt du, was das Ding kostet? 3.000. 3.000? Was ist das für eine Zahl? 10.000 Euro. Die gefallen dir? Ja. Weißt du, Schnucki, die machen sofort Bilder, ne? Da tust du einen Film rein und dann knipst du und dann kommt sofort das Bild raus. So was willst du? Dann müssen wir aber auch einen Film mitnehmen, ne? Ja, mindestens ein. Weil sonst macht das wenig Sinn. Ich seh mich sogar. So, es ist schon fast dunkel. Jetzt sind wir beim Eis-Dealer unseres Vertrauens, Tommys Eisbar. Und da gehen wir jetzt rein. Da gibt's jetzt ein Eis. 3, 2 und 1. Und du hast jetzt hier ein Mega-Eis mit ganz vielen Streubeln. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir an dem Video. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Äh. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen. Und... ... ... ... ... ...